Hallo und da sind wir schon wieder und eigentlich ist das hier falsch, denn ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, ich weiß noch nicht wie ich den Teil hier nenne, wahrscheinlich einfach Löwenzahnritterin Jean und denn genau das werden wir machen, wir werden mit Sarah vom Hirschjäger reden und erfahren, was sie bedrückt, denn sie scheint eine Bitte an den Ritterorden zu haben. Ja gut. Oh, es ist du, hier, hier, hier. Es ist Sarah von der guten Hütterin. Oh, endlich habe ich dich gefangen. Ich werde dir helfen, Sarah. Aber ich habe auch noch eben schon gegessen. Oh, ich bin nicht nach deiner Patronik. Ich habe etwas, was ich für mich würde, die Knights von Favonius zu machen. Und ich will, dass du meine Reaktion an den Akten-Grand-Mastern passen. Oh, also es ist Jean, die du wirklich hattest, zu sehen. Du bist sehr nah mit ihr. Wir sind dicke Freunde. Haha. Wirklich? Es muss ein gutes Gefühl sein, dass Jean dein Bein hat. Insofern, was war es, dass du uns von uns zu erzählen hast? Oh, ja. Ich muss mich entschuldigen, dass ich die Nacht in person zu besuchen bin, aber das Restaurant ist so beschäftigt. Es ist leider nicht so beschäftigt, dass die Reaktion zwischen hier und Springvale, die für die Behandlung unserer Ingredienzen benutzt wurde, scheint sich durch die Hillitröle zu verhören. Das Problem ist, dass die Verhandlungen in Springvale sagen, dass die Verhandlungen nichts mit ihnen zu tun haben. Sie sind nur zuständig für uns die Ingedienste. Was? Nein! Wie wird das helfen? Bitte, ask Mr. Gene, um eine Party zu schließen, um die Hilly-Trolls auszutauschen, von der Straße nach Springvale. Ja klar, kein Problem. Oh, Hilfe, endlich. Mit Gene auf dem Fall wird das in keinem Zeitpunkt geschlossen. Danke. Es scheint, dass alle wirklich Gene vertraut. Oh, ich habe fast vergessen. Charles, der Bar-Tender, sagte, er hat auch ein paar Probleme gehabt. Warum stoppen Sie und sehen ihn auf der Weg? Okay, in für eine Pfanne, in für eine Pfanne, nur eine Pfanne auf der Weg. Aber das ist wirklich die Definition von auf der Weg, in meiner Meinung nach. Ja. Ferien für den Großmeister. Ja, wo steckt der eigentlich? Also, wo steckt Varkas eigentlich? Und, ja, das ist... Und, ja, das ist... Und, ja, wir dürfen wirklich nicht so viel abseits der Wege wandeln. Äh, wenn Paimon zu viel laufen muss, dann kriegt sie immer Blasen an den Füßen. Und, ja, das ist... Wie verrückt! Es ist, weil wir hier sind, um Hilfe! Hilfe? Oh, ja. Du bist der Grandmaster der neuen Hotshot-Helper, nicht? Äh, das ist eine Art von zu sagen, aber... Und dafür brauchst du wirklich Gene? Das Weingut Morgenröte hat doch so viel Geld. Na, dafür brauchst du Gene? Der Grandmaster Gene? Der Grandmaster Gene, persönlich, geht über all die Accounts. Nachher, die Wienindustrie ist Mondstadt's Hauptsache. Gene nimmt großen Schmerz, um zu beachten, dass kein Detail überliebt ist. Kaimon nie wusste das. Gene's job ist sogar schwerer, als es scheint. Der Grandmaster der Grandmaster's harde Arbeit macht unsere Leben viel einfacher. Wir sind sicherlich sehr glücklich, aber... To pute es bluntly... Wir nehmen es nur für granted, dass das jetzt die Norm ist. Wow! Wie schaust du in der Nacht, wunderschön, wie viel Druck hast du Gene untergebracht hast? Ah, wenn du so sagst, ich fühle mich ziemlich schade. Ich glaube, dass ich sie eine in der Haus zur nächsten Zeit, wenn sie hier ist. Although, ich wundere, dass der Grandmaster der Grandmaster sogar noch Zeit hat für das. Das klingt wie eine schlechtere Beispiele, um Gene einen freien Drink zu geben. Komm schon, gehen wir und sehen Gene! Die Bitte für den lächelnden Yang Xiao habe ich noch nicht gemacht und ähm... Ja... Ansonsten könnt ihr euch ja schon... Denken, was mit der Mission vom letzten Mal passiert ist. Genau, auf unbestimmte Zeit verschoben. Hey, ihr zwei! Ach du je! Margaret? Was machst du hier? Meine Katze ist weg. Hast du ihn gesehen? Nein! Meinst du Diona? Ja. Nein, nicht sie. Ich dachte, Diona ist wahrscheinlich noch in der Tavern. Ich meine, kleine Prinz. Prinz war gerade nach Hause, jetzt ist er weg. Habt ihr wirklich, dass Diona ein Hauskatt war? Das ist ein bisschen schreckend. Was, wenn Prinz nicht seinen Weg nach Hause findet? Oh je... Aber... Ja? Ach je... Wir würden zwar gerne helfen, aber... Wir könnten noch nebenbei suchen. Na, du bist immer so großartig. Aber... Sind wir nicht in der Mitte von etwas? Sarah und Charles brauchen unsere Hilfe auch immer. Wirklich auch. Lass uns Jeanne sehen. Du bist auf der Weg, um Jeanne zu sehen? Wie eine Verwaltung! Paimon dachte, du warst ein Katt. Ja, ich wollte sehen, ob Jeanne zu helfen, mein Katt zu sehen. Geräusch? Du willst Jeanne zu helfen, dein Katt zu sehen? Was ist da falsch? Jeanne ist eine wirklich schöne Person. Was ist das denn für ein Grund? Man hat es wirklich nicht leicht im Leben, wenn man nett ist. Ja! Deshalb bin ich es nicht. Bitte, sagen wir es zu Jeanne für mich. Ich traue dich zu einem Katt in Kattstail später. Ja, ich krieg da doch eh kein Alkohol. Hey! Hey! Oh, unglaublich! Ich glaube, das Problem von Prinz, den verletzten Katt, ist jetzt auf die Agenda für unsere Gespräche mit Jeanne. Jopp! Ey! Fünf Minuten, über fünf Minuten schon im Spiel, in diesem Auftrag. Und wir haben Jeanne noch nicht mal getroffen. Dabei ist das eigentlich der einzige Grund, für den wir hier spielen. Und so groß ist Mondstadt nicht mal. Oh je, Sternchenhusten hört sich nie gut an. Äh, Akting Grade Master? Äh... Oh! Äh... Master Jeanne? Oh! Großmöse da, Alisiot? What the fuck? Jean, was geht ab? What the freak? Oh, großer Löwenzahn... Äh, what? Um... Oh... Oh, es ist unser Honorary Night. Sorry, ich muss schon mal drennen. Wie kann ich assiste? Ich muss auch mal drennen. Ich weiß es nicht, dass wir uns die Hilfe brauchen. Das sind ein paar andere Leute. Ich verstehe. Okay. Well, thank you for your service to the people of Mondstadt. I have made a note of these commissions in my files, and I will make arrangements accordingly. Great! We didn't miss out on anyone's commissions, did we? Sarah's hillychurls, Charles' tax return, Margaret's cat... Seems that's everything. We'll be on our way then, Jean! Jean, are you okay? How's Jean holding up? Is it serious? Ach so, it's a new conversation. It's just burnout from work stress. She'll be fine after a good old rest. Thanks for bringing her here. She may have tried to keep soldiering on otherwise. It's not a surprise, though. She does have a lot to get through every day. Poor Jean. She's always been one to push herself too hard while overlooking her own needs. This isn't the first time something like this has happened. Oh, uh, you think so? I-I-I mean, she's the acting Grandmaster and all. We can't have her collapsing all the time now, can we? So, so, you know, it's not like this is a personal thing. It's just out of love or concern or the greater good. Yes, that's it. What's up with Barbara? Huh. Weird. Anyway, you're an honorary knight, aren't you? While the master is down, the knights should share her burden, no? That's a very good point, but shouldn't one of the fully qualified knights do that? Jean has so much to do. An extra pair of hands can't hurt. You should go and check in at the headquarters. Jean will be fine with just me here. Paimon feels like she's trying to get rid of us. Why is that? Nothing. We'll leave you to it. Come on, let's go. Ja. Ja. Für den Fall, äh, dass es Leute gibt, die es vergessen haben. Barbara und Jean sind, äh, Schwestern. Und im Gegensatz zu Kea und Diluc sind die beiden nicht nur Adaptivgeschwister, sondern... Naja. Halt... Richtige... Geschwister. Also... Sagen wir lieber Blutsverwandte-Geschwister. Im Grunde sind hier... Im Grunde sind hier auch Stiefgeschwister, richtige Geschwister. Das ist halt... Egal. Oh, es ist Kaya! Oh je. Wenn du dich nicht gerade totarbeiten willst für den stellvertretenden Großmeister... Ach, was rede ich da. Ich habe dich erwartet. Ich habe mich informiert über Jean, die krank zu fallen. Auf behalf aller den Knights von Favonius, lasse mich, meine zinzere Gratitude für deine Unterstützung. So kürtig und poli. Das ist nicht die Kaya Paima-Nose. Ha, ha, ha... Na, die Umstände haben es verankert. Das ist der aktuelle Grandmaster selbst, worüber wir sprechen. Jetzt... In addition zu dieser Danke-Message... Es war eine andere Sache... Ihr habt Arbeit für uns... Ihr habt wieder eine Belohnung für uns... Äh... Arbeit... Es ist so, wie du meine Meinung hast. Wir haben ziemlich eine Verbindung, nicht wahr? Nein! Dinge, wie... Hilfen Sie in für Gene? Genau. Obwohl die Kommissionen, die du zu Gene hast, sind bereits von jemand anderen gehandelt, ich bin Angst, dass sie nicht behandelt werden, ohne Gene's persönliche Beziehung. Also, ich hoffe, dass du dir helfen kannst, wo du siehst. Ich fühle mich viel mehr auf, zu wissen, dass die Honorary Knight persönlich überprüft diese Beziehung. Sie können uns alles, was du willst, aber antworten mir das! Warum nicht du es tun? Oh, ich habe viel mehr wichtiges Fragen, zu beantworten. Es gibt so viele Dinge, zu... zu vorbereiten. Gut, dann. Also, es ist Sarah, Charles und Margaret die Dinge, du willst uns zu helfen, mit? Das sind die Dinge. Ich mag die Hilfe. Sie... Ja... Ah... Oh, je... Oh! Wie haben wir denn da? Venti is a Bart. Hui! So, yours is the cat that went missing. Venti! Have you come to help? Me here to help you? Why on the contrary? It is I who needs the helping. But... Paimon just saw you talking to Margaret about Prince. Aha! So... Prince is the name of the feline fiend who thieved my spare astral iron strings. Though it gladdens my heart to see that the free spirited ethos of Mondstadt is alive and well and creatures great and small. Still, it's a bit audacious. Haha, Prince is a mischievous little rascal, alright? Just like Barbados. Haha. Yes. Quite. Quite. Now, let's see about getting ourselves an audience with his little highness, Prince Rascal of Mondstadt. I have a performance tonight, and without my spare strings, I shall have to disappoint my audience. What would a kitty cat want with lyre strings anyway? Everyone knows cats go crazy for a ball of string. What? These lyre strings are made of astral iron, which contains animo energy. That makes them extremely durable, so I normally just roll them up in a ball to make them easier to carry. That's a trick of the train from a traveling bar. The strings contain animo energy? That'll help us. It's time for you to use your elemental scent again. I'm unsure there must be some elemental footprints or something. Thank you all. Prince should be somewhere around the marketplace. It's a black cat you're looking for. Oh, take this fish. It's little Prince's favorite food. Maybe it'll help you find him. Yo. Halt das Mausrad gedrückt. Ah, da. Okay. Ich kann grad sowieso nur mit ihr spielen. Stimmt ja, äh, lore-mäßig haben ja nur die Reisenden den Elementarblick drauf. Ah. Hey, look! Over there! It looks just like the cat Marker was describing. So it must be Prince, right? Nah. Fish! Spreint! Nein! Doch! Ha! Sehr schön! Weil, ja, der kann dann auch fliehen und ich weiß grad gar nicht mehr genau wie er flieht. Ich glaub normalerweise flieht er hier runter und dann irgendwo da zwischen die Häuser wo man ihn wiederfinden muss. Egal, ist es nicht... Naja, jetzt ist er aber auch schon wieder hier. Ah, Prince! Woher gingst du weg? Oh, danke, du bist sicher. Wir hatten definitiv unsere Arbeit für uns, um ihn zu suchen. Oh, Princey. How could you leave me like that? Looks like those two need some time to themselves. And here are your astral iron strings, Venti! You found them! Ha! Wonderful! I was not optimistic they would turn up. I dare say that a private performance played using these very same strings would not be an excessive way to show my gratitude. Huh? 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 Uh... What? Huh? 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 Apologies. At this distance my cat allergy seems to be rearing its head. Oh, now Paimon gets why you didn't go looking for your strings by yourself? Huh? Anyway, thanks for the help. I'll be going now. Huh? 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 Oh, no. Oh je... Ami know, be Modi will he use the for handling of the spectrum. Cool, no. Oh, no. De本当, um yearn... W**見 Maria, excuse the truth out. Cause... Mal came in die notes. Und... 得 me more time to use the sleeve. im Grunde egal trotzdem, ich würde sagen es wird mal Zeit, das hier hier etwas thematischer zu machen und Kea, du hilfst auch mit wenn wir das schon sehen nehmen wir auch Lisa mit äh ähm ich kann schon mal vorweg sagen es wird wieder nicht viel Kämpfe geben in diesem Part aber, naja hey Lisa, hörst du über die tax return? oh, hello darling you're quite right after I heard about poor Jean I thought I might lend a hand with some of her more literary duties cool well, if we're no longer needed here we'll be on our way wait a moment actually, Charles here was wondering please allow me ma'am I just took a rather important order but unfortunately we've run completely dry and the delivery from the winery is behind schedule if it's not too much trouble could you go and do something about this logistical nuisance na gut dann sehen wir uns das mal an in Ordnung aber das nächste Mal werden wir eingeladen dass hier um äh die Engelsgabe geht ach, mir würde es im Grunde schon reichen wenn er ähm wenn er mal auf äh einem Banner erscheinen würde oder? ja doch ähm ich hab mir nämlich grad gedacht ja das natürlich auch aber vor allem dass äh wir halt wirklich zu Ernest gehen und ähm da es ja doch eine etwas längere Tour ist nehmen wir äh nehmen wir ein paar Abkürzungen äh äh komm und viele Nemo Pilze mitzunehmen ist sowieso na komm na komm ok oh Gott du bist mal wieder richtig in in Chao Laune wie man ziemlicher Stimmungskiller ich sag's euch lass das ja nicht lass das ja nicht Timmy hören ja Transportballon Transportballon oh je wo ist er da hinten ähm ach so da Wyatt ähm sag mal hast du zufällig irgendwo irgendwo ein Geldbeutel aufgelesen ein Geldbeutel weißt du wo du ihn verloren hast tschüss und viel Glück ein Geldbeutel ja ein kleines Säckchen mit ungefähr 1000 Mora ok das ist mein Arbeitslohn den ich gerade einer Frau bringen wollte meiner Frau bringen wollte du arbeitest für 1000 Mora wenn ich den nicht wiederfinde bin ich dran ok hey Ernest also hier ist wo Charles' Deliverie disappeared hast du gekommen um zu retten ich habe lange genug und in all the time I've been working at the winery this is the first time I've been robbed by Hilly Churls if you'd taken any longer I don't know what I would have done fear not my friend here is a Hilly Churl exterminator extraordinaire just as well then please escort this transporter to the end of the road and be careful with it just beating up the Hilly Churls is not the aim here you better make sure the goods stay intact because I certainly don't have the more to replace them I'll be waiting up ahead yeah begleite den transport ballon bam je nine ernsthaft übrigens ich finde es seitdem ich ein bisschen was von der story von lisa kenne also story echt schade dass sie keine eigene story bisher bekommen hat und b die frau ist eigentlich viel zu stark also wirklich sie ist viel zu stark weil als als es mal probleme in monstadt gab da war lisa nur einfach so zu team hey meinst du ich sollte mich mal aufmachen und nach dem rechten schauen und china das abgelehnt und als oder auch ihre göttliches auge das hat sie nicht irgendwie so bekommen sondern sie hat sich einfach gedacht ja mir geht es zwar eigentlich ganz gut aber ich hätte eigentlich aber wäre noch ganz nett ein göttliches auge zu haben und naja so hat sie es bekommen sie hat sich halt echt einfach nur gedacht ja ein göttliches auge zu haben wäre eigentlich schon ganz nice ouch ha aber okay das ist halt genauso wie mit äh wie mit ninguan ne da passt die stärke in der lore und das was wir wirklich von ihr bekommen im spiel das passt ja auch nicht ja dann auf zu schalz das ist wieder das ist wie die herz die ihnen hat ich Oh nein, Amber! Ich wüsste nicht, dass ich nicht wüsste. Ich bin nur überwältigt, dass die Begrüßungen vor mir vorgelegt sind. Eine andere beizahre Begrüßung kam gerade jetzt. Es ist wie, dass sie ein Banquet oder so machen. Wirklich? Siehst du nicht, helfen? Oh, das wäre wunderbar! Du bist wirklich der gute Hunters-Guardian-Angel. Ja, naja, diese Hilly-Trolls werden auch ein paar. Na ja, warum nicht diese Begrüßung? Starten mit den ingredienten. Hast du sicher, dass sie gezwungen kann? Es wird vielleicht ein bisschen funktiert. Wir sind gut nach dem Punkt für die Perfektion. Das ist nun ein Kampf, um den guten Hunters zu retten. Ein Kampf? Für dieses Dich brauchen wir... ...3 Sweetflowers und 3 Fowl. Okay, geh und bereit. Du auch, Amber. Ich werde hier warten. Oh! Ja, genau! Ähm, warum auch immer da gerade Amber stand. Das war natürlich ganz klar Paimon. Also... Nix mit Amber, nur Paimon. Ähm, ja, ich schätze mal... Ja. Warum auch immer. Hast du mir 3 Sweetflowers und 3 Fowl? Ja. Ich kann dir sogar noch ein paar mehr geben, wenn du willst. Ja, das ist alles. Gut. Gut. Guck. Now, Order Number 7 ist für eine Sweet Madame. Und so beginnt die Geschichte von uns, um die Basic-Kitchen-Händen zu werden. Alles klar. Das wäre ja jetzt eigentlich eher ein Job für Zhongli, aber... Das lassen wir mal Rosaria machen. Und wenn ich mir das hier so ansehe, wir haben momentan 25, machen wir noch 40. Cool. Hankers Mahlzeit. Yummy. Any news on that suite, Madame? Yep. Leckeres, süß mariniertes Hühnchen. Eine süße Madame bekommen. Mm. Das schmeckt absolut wunderschön. Das ist nichts weniger als was ich von einem Head Chef erwartet. Nichts, ein Sous Chef. Since Sie so gut cook, Sie müssen das Sticky Honey Roast nehmen. Sticky Honey Roast? I'm not sure she's heard Amber and Kaya mention this one before. That's right. A mainstay of the Good Hunter menu. It's my pride and joy. The Knights order it almost every time they come here for a gathering. Let me teach you the recipe for a Sticky Honey Roast. Wait. Do you see it's your pride and joy? You're going to teach us how to make it? Just like that? With your cooking skills, I don't think you will be doing a disservice to the Good Hunter brand. As soon as that Sticky Honey Roast is ready, please bring it here. Alles klar. Stimmt, so hat man die Honigmühre und Fleischpfanne bekommen. Die zwar nur, ähm... Ja, wo ist sie? Ach, hier. Die zwar nur die Ausdauerverringer... Äh, Ausdauerverlust verringert, aber hey. Schade. Äh, joa. Manuell zubereiten. Ja, natürlich perfekt. Ja, natürlich perfekt. Ja, natürlich perfekt. Oh, sogar zweimal. Und ja, natürlich perfekt. Ja, natürlich perfekt. Okay, das reicht jetzt. Wir haben fünfmal gekocht. Sechs Honigmühren-Fleischpfannen bekommen. Hey. Geht's besser? Wir warten jetzt auf einen Sticky Honey Roast. Hast du es geschafft? Ja. Moment. Ja. 900 Sekunden lang. Also 15 Minuten. Äh. Das ist... Wow. Du hast wirklich gekochtet? Das ist einfach so wunderschön. Du warst ein Headchef. Danke. Wir sind jetzt aus der Küchen-Duty? Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Amber sollte sich um alles zu beherren. Wenn du dich schützt bist, wird dir ein Job warten, bei Good Hunter, wenn du es möchtest. Ich denke, wir sind endlich fertig mit den Kommissionen, die wir für Gene gemacht haben. Ein Tag im Leben von Gene ist wirklich hart. Ich frage mich, wie sie fühlt sich jetzt. Wir gehen zur Kathedrale und wir werden noch ein paar Besucher geben. Ah. Ach. Venti! Better Elevator Guy. Hehe. Ja, aber wir können gerade nicht. Ach so, nochmal zu Lisa. Ja, die... Im Grunde, sie ist in der Lore sowas wie Kizaru aus One Piece. Hehe. Ähm. Und hey, wenn ihr euch an die, ähm, die Geschichte nach dem Buch erinnert, das wir mit ihr holen sollten... Ja. Hehe. Also die... Der Abyss-Magier hatte vor ihr mindestens genauso Schiss wie der nächste vor Diluc. Und, ähm... Wenn du dich mit, äh... Wenn du dich mit Genshin Impact Batman anlegen kannst, dann Probleme mit der Bibliothekarin zu haben... Sagt einiges über die Bibliothekarin aus. Hi Barbara. Wir sind zurück. Willkommen zurück. Du musst dich entschuldigt sein. Oh, es ist nichts. Schauen Sie nach Patience ist alles für mich ein Tag. Das ist alles für mich. Gene hat erinnert, und sollte bald wieder zurückkommen zu sein. Das ist großartig. Wir gehen und sehen sie! Aber sie hat gerade nach dem Cathedral. Ich versuchte, dass sie mehr Rest braucht, aber sie nicht hörte. Sie versuchte, dass sie gut war, und sagte, sie wollte ein bisschen freshes Wasser. Ich glaube, sie ist wieder zu Lady Vanessa. Wo ist sie? Oh, das große Baum an Windrise? Das Ort ist dedicatet zu Mondstadt's hero, Vanessa. Gene geht dort, wenn sie sich verletzt und verletzt, deep in der Mitte. Barbara, das ist ein ziemlich personal. Wie wissen Sie so viel über Gene's innermost Gedanken? Gene, äh... Sie hat es mir gesagt, du weißt, bevor sie weg ist. Gene braucht doch immer noch Ruhe, nicht wahr? Ist es wirklich in Ordnung, wenn sie allein die Stadt verlässt? Das ist, was ich auch überraschend bin. Aber ich habe hier immer noch Arbeit, zu tun. Keine Worte! Wir werden jetzt die Krankenhäuser übernehmen. Great! Das setzt meine Meinung auf den Rest. May die Animal Archon dich schützen. Und Gene. Absolut! Aber keine Sorge! Venti on the way! Ach je! Ich bin ja immer auch dafür, es sollte mal ein Hangout mit Venti und Barbara zusammen geben. Das dürfte lustig werden. Ähm... Rosaria und Eula? Ja. Nee. Die Meid des Ordo... Oh, oh! Wie spannend! Nein, die Meid des Ordo Favonius. Ach je. Ich glaube aber, ich werde... Ich muss sagen, mir läuft zur Zeit etwas die Zeit davon. Deshalb werde ich diesen Part... Oder... Ja, dieses Special wohl auf zwei Parts aufteilen. Ähm... Ich meine... Die Story... Um Gene... Müsste nochmal in etwa... Also der Teil, den wir da mit Gene verbringen, dürfte nochmal in etwa genauso lang sein. Äh... Ich bin mir aber nicht... Ganz sicher. Falls es nicht passen sollte, werde ich... Ja, das einfach mit anderen Sachen füllen. Ähm... Ja... Tut mir... Tut mir auch leid für euch dann... Dass ich das diesmal so stücke... Während ich bei Noel... Ähm... Deren Teil ja komplett in einem Rutsch hochgeladen habe. Allerdings... Dann haben wir... Jetzt an drei Tagen etwa einstündige Videos. Und... Ähm... Die Sache ist auch die... Wie gesagt, mir läuft so ein bisschen die Zeit... Davon... Weil... Ja... Gleiten wäre schneller... Machen wir ja jetzt auch. Weil... So viel... Weil ich habe ja auch noch ein Privatleben und sowas. Ähm... Es ist auch schon wieder ein Jahr rum. Das heißt, bald ist wieder Duschen angesagt. Oder zumindest Kundenwechsel. Ähm... Ja... Und daher... Finden wir da hinten eine Jean. Puh... Jetzt fühle ich mich aber auch erfreut. Ja... Aber mit der sprechen wir beim... Nächsten Mal. Und bis dahin... Gruß... Synas Fan. Dann... So... Ja...